So, wie komme ich jetzt hier wieder rüber? Joa, ne? Wie komme ich denn hier wieder raus? Super. Ähm, ja. Kann ich irgendwie sowas wie Schnellreise machen? Verdammt. Ja, zunächst ein U-Bahn, da ist eine U-Bahn-Station, dann gehe ich doch mal da hin. Ja, ist ja Mist, da komme ich so gar nicht raus. Joa, dankeschön. Hm. Hm. Das war ja blöd. Hm. 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 So, die Frage ist jetzt, wo gehen wir dann als nächstes hin? Das ist, ähm... Mary... F. Hm. Das bist du, ne? Nein, das ist... Ähm... Nimm, 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 nimm. Mary... Theresa Green. F. Mary... Mary... Gutscher. Nee, da. Lohnbuch hat Profi-Investoren. Naja, gut. Das brauchen wir jetzt nicht. Das ist Theresa... Green. Das ist die Blonde. Oh, haben wir so. Du bist Theresa Green. Ja, du hast auch nur ein Auto. Hm. Dann würde ich sagen, müssen wir langsam mal in die Richtung. Das ist, äh, das Versteck. Wir können auch erstmal... Genau, wir können auch erstmal das machen. Okay, aber das ist schon geil mit den ganzen Elektrofahrzeugen hier. Wow. Ich find's, ich find's echt nice. Warte, da liegt was. Hier liegt doch was. Wo? Nee. Da. Cecilion Avenue, gesendete Nachricht. Ich weiß nicht, ob du es sehen wirst, aber ich möchte dir dennoch sagen, wie leid es mir tut. Ich wollte dir nur meine Sicht der Dinge darlegen. Die Schüsse waren nur für eine Person bestimmt. Mary Kelly war die einzige Person, die an jenem Tag hätte verletzt werden sollen. Die anonyme Kryptospende war von mir. Ich wollte damit eigentlich deine Krankenhausrechnung bezahlen. Aber bitte mach damit, was du willst. Immerhin wurde meine Gebete erhört, du hast überlebt. Leider hatten die anderen Unschuldigen nicht so viel Glück. Dafür werde ich zur Hölle fahren. Okay. Ich glaube, diese Postauslieferungssachen, das ist eher sowas, um Kohle zu verdienen, ne? Was ist schon wieder da oben? Wie komme ich denn da hoch? Oh Mist, der ist zu klein. Kannst du mich tragen? Nein, du bist auch zu klein. Die sehen voll riesig aus und aber mega klein. Ha. Spielen. Ball-Jonglage-Tutorial. Ach, wie nice. Minigame. Okay. Okay. Okay, L und A. Boah, das wird ja bestimmt richtig eklig irgendwann, oder? Gerade mit einer Tastatur. Ich kann mir vorstellen, das wird später richtig eklig. Das ist jetzt ja noch easy. Ich kann mir vorstellen, das wird später richtig eklig. Maybe, ja. Und das ist's doch Target- kilogrammel. Und wirudaß noch immer wiedero. Und hier auchramerika- sacrifice. Ja. Und dann? Ich werde mutiler. Ja. Die offen waren, es gibt dann- Und dann das machen wirkten viermaler über." Einmal ein Ding. Ja, das frage ich mich auch. Was ist das, Cheat? Los. Ich will mal wissen, was am Ende passiert. Ich liebe solche Minispiele, die einfach nichts bringen. Hat so ein bisschen was vom GTA. So stelle ich mir GTA 5 vor. No! No! Mist. Mist. Oh, okay, okay, okay. Ich krieg das hin, ich krieg das hin. Mist. Ah, ich bin aus Versehen unten rauf gekommen. Okay, komm. Wir schaffen das. Oh. Oh. Ah, okay, wenn ich in diesem türkisen Bereich bin, dann gibt das noch mehr Punkte. Mist. Ja, aktuell versuche ich einfach nur, ich darf nicht reden dabei. Ähm, einfach nur zu händeln. ... Fuck! Oh, lol. Hallo? Oh, das gibt's doch nicht. Warte. Äh, habe ich hier irgendwo... Oh Gott, ich hab jetzt kein Kabel hier. Nee, da müsste ich aufstehen. Mist. Komm, wir probieren's nochmal. Mist. Ich schaff das? Mann. Ich vertu mich jedes Mal. Ich hab zehn Finger blind tippen gelernt, ne? Aber das krieg ich nicht hin. Unten, außen, oben, innen. Shit. Das ist echt nicht einfach. Ich kenn das nicht mit der Koordination. Nooo. Jedes Mal. Immer bei A und S. Oh, ey. Jedes Mal wieder. Mach doch. Komm. Nein! Komm schon, vorletztes Level. Ich will das jetzt schaffen. What is this shit? Ganz ehrlich, nope. Das mach ich mit dem, ähm... Mit einem Controller. Das geht ja gar nicht. Ja, das ist irgendwo da oben. Da müsste ich, glaube ich, dann hinfliegen. Warte, da hinten ist doch einer. Kann ich mir nicht so eine Drohne einfach rufen? Nee, komm. Erstmal umgeschubst. Aber es ist echt leer für London, muss ich sagen. Also ich hab das Gefühl, äh... Chicago und auch, ähm... San Francisco waren halt wesentlich belebter. Aber das kann ich mir gut vorstellen. Dadurch, dass du halt hier so viel Interaktion hast, dass das daran liegt, ne? Das ist einiges, was ich glaube, Das müsste unten sein. So, mal eins. Nee, da geht's raus. Ich will aber jetzt eben mal die Sachen hier einsammeln. Ich glaube, dafür muss ich jetzt doch nach oben. Hm. 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 Interessiert ihn überhaupt? Nee. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert, dass ich seinen Kollegen gerade zusammengeschlagen habe. Bescheuert. Ich bin jetzt nicht der Schmerz. Ich bin jetzt der Schmerz. Das ist ja auch. Okay. Das ist ja auch. Das ist ja auch. Das ist ja auch. Tschüss. Schönen Feierabend. So, hier ist nochmal Amo. Sehr gut. Schönen Feierabend. Ja, ein Tor von dem. Ja, ein Tor von dem. Ja, ein Tor von dem.